WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR So, dann haben wir jetzt unsere Meldung für das Beschleunigungsrennen über die 8. Meile. Schauen wir mal, wie es hinhaut. Schreiben wir uns ein. Konkurrenz ist schon ein bisschen was da. Aber wir probieren es dann. Ich fahre einen Prototypen, der ist aus Schweden deportiert worden. Ich habe den restauriert. Hat einen 1915er mit einigen PS. Und ich hoffe, dass die Sache richtig funktioniert. Schlitterling mit Alpha Motor. Hallo, ich bin Christian. Das Ganze ist ein 13.3er Käfer. Mit einem 1,7 Liter Boxermotor. Mit einem Lancia-Volumex-Kompressor aufgeladen. Und einen Turbo-Lader haben wir eigentlich einen Motor gebaut. und eine Könnte das nicht? Die Fahrer istшей Dawn price 75. Kommt aus Amerika. Die Motor ist eine 2 Liter mit ca. 90 PS. Das ist ein VW Käfer 13.3 für ein Motorsport hergericht, 100 PS. Das ist ein VW Käfer, das ist ein VW Käfer, das ist ein VW Käfer. Das ist ein VW Käfer. Das ist ein VW Käfer, das ist ein VW Käfer. Das ist ein VW Käfer, das ist ein VW Käfer. 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 Das ist ein VW Käfer.